Hallo liebe Weltbildkunden, liebe Obstfreunde. Nur bei selbstgepresstem Obstsaft weiß man wirklich, woher kommt und was drin ist. Natürlich wollen wir ihn ohne Zusatzstoffe und Natur rein. Mit einer Obstpresse kann man selbst frischen Obstsaft herstellen. Ich will Ihnen diese Obstpresse heute einmal zeigen. Eine mechanische Obstpresse hat den Vorteil, dass sie die Vitamine schonend verarbeitet. Man kann damit alle Arten wie Kirschen, Weintrauben, Äpfel, Birnen und viele andere Arten von Obst pressen. Wir spezialisieren uns heute auf Traubensaft, denn Traubensaft ist ein wahrer Energiespender und eine echte Naturmedizin. Wie bei jeder Herstellung von Obstsaft ist auch hier Sauberkeit wichtig. Wir haben das Obst schon mal gewaschen und geben es jetzt in die Presse. Die Obstpresse ist einfach zu bedienen. Sie erfordert zwar ein wenig Kraft, aber Sie werden den Dreh bald heraus haben. Die Obstpresse ist natürlich für alle Arten von Obst geeignet. Den Obstsaft können Sie jetzt frisch servieren oder in Flaschen abfüllen. Probieren Sie die Obstpresse selber aus und lassen Sie sich den frischen, gesunden Obstsaft schmecken. Diese und weitere Produkte finden Sie bei Weltbild. Untertitelung des ZDF für funk, 2017